Für mich ist es so, im Moment, wenn ich anfange zu spielen, denke ich nimmer mehr. Und das heißt, dass im Moment, wenn Inspiration anfängt, rationales Denken ist vorüber. So für mich war es, nahe zu kommen zu der Erfindung. Und die Erfindung ist nicht, an was man denken kann. Die kommt nie. Wie wenn du Schwammerl suchen gehst, und du willst Schwammerl finden, findest du keinen. Aber wenn du einen Teil des Waldes wirst, findest du einen Korb voll in einer Viertelstunde. Und das ist ein Korb voll in einer Viertelstunde. Untertitelung des ZDF für� dri WHO